Hallo Leute und willkommen zurück bei einer Rondei Gothic 1 hier in der Minenwelt von Corinis. So, wir sind auf der Suche nach den Fokussteinen, besser gesagt nach dem letzten Fokus. Das schauen wir noch mal kurz auf der Karte, damit wir genau wissen, wo wir hin müssen. Ja genau, dann müssen wir hier dann rechts, auf der Karte links, aber wenn wir gerade ausgehen, rechts, da in das Orkgebiet. Mal sehen, wie gut wir jetzt mit dem Zweihänder umgehen können im Kampf. Das wird sicherlich interessant. Mal, mal, lass mich vorbei. Kann dir ja egal sein. So, das ist Orkgebiet. Dementsprechend ist das Stärke werden. Glaube ich zumindest, zu danken. Das ist da. Das muss man ja auch aufgetreten, aber zuerst mal gehen wir hier rechts. Schauen wir mal an, wo wir hinkommen. Oh, nicht, dass ich meinen Kaffee hier noch umwerfe. Das wäre gar nicht gut. Hm, ich glaube mal, hier ist nur eine Sackgasse. Komm mir zumindest so vor. Oh, ne, das sind die Orks. Aha. Das heißt, ich könnte hier das Ganze abkürzen, oder wie? Schauen wir mal auf der Karte. Ja, könnte ich abkürzen. Ja, das machen wir dann gleich mal. Ja, gegen zwei Ork Kriege kämpfen, schön und gut, aber da fehlt mir einfach die Rüstung noch dazu. Und die Waffe ist so nicht schlecht. Und zwei Hände bannen kann ich jetzt gut. Ich glaube, es reicht noch nicht. Also sorry Leute, dass ich die jetzt nicht angegriffen habe, aber ich will mir unnötigen Ärger ersparen. Zuerst mal noch ein bisschen normal trainieren. Da haben wir schon alle ein bisschen niedergemetzelt, sozusagen. Weiter sprengen und weiter sprengen. Immer noch sprengen. Hier oben muss auch irgendwas sein, sonst macht es nicht so komische Geräusche. Bei Druckzustellen war hier keiner. Na egal. Wir müssen hier rüber. Kannst du auch normal springen? Nee, kann er nicht. Jetzt geht's. Hier hatten wir die ganzen Bluthunde noch. Oh, das war schön. Mehr oder weniger schön. Genau. Und da ging es ja zum Steingollen. Hier müssen wir hoch. Da wollte ich ja nicht hoch. Na. Mal kurz noch kontrollieren, damit ich richtig bin. Jawohl, ja. Sieht richtig aus. Mal kurz dazwischen speichern, bevor wir hier rüber gehen. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was mich dort erwartet. Ich dachte, ich habe schon geschützt. Für das haut man immer einen Hammer dabei. Hey. Läster, wenn ich mich nicht irre. Hey. Was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Satoras und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Klar, fangen wir mal los. Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt die dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Stimmt. Dann machen wir mal gemeinsam. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Bist du nicht ein Gorn? Entschuldigung. Sauerstoffmangel. Aber Unterstützung haben ist immer gut. Bleibst du mich auf den Fersen? Ja, brav. So. Ein Bergmoos. Ein Bergmoos. So. Haben wir auch. Weiter geht's. Halbbirnen. Fersen und Pogen ist schon was praktisches, nicht wahr? Na komm. Triff. Triff. Komm nochmal. Na komm. Ach Gott. Einer Schuss noch. Was ist denn los? Es wird gespielt. Na. Geht doch. Geht doch. Hoh, jetzt kommt ein Du Ah, da ist sie! Ah, die haben... Das war die App egal als... Na komm her! Ernst? Du nähst so? Na komm! Habe dich! Na komm her! Geht doch! Für das geht's für den Bogen! Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst! Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz! Hm... So einfach komm ich da nicht ran! Ich seh da ein paar Hartbeeren herumschwimmen! Nicht mehr herumschwimmen, sondern noch herkommen! Na Gott sei Dank gibt's Fernbogen! Der hat mir jetzt schon viele Ärger erspart! Gut, dass ich den hoch trainiert habe! So, großer Kampf so ziemlich gut überstanden! Machen wir mal weiter! Wo hat der nicht gesagt wo oben? Wozu und Hank habt ihr das schon wieder gesehen? Egal! Ich werd schon noch rausfinden, wo es ist! Wo! Komm her! Komm her! Komm her! Nein! NICHT! 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 Lässtel läuft mir immer ins Schlagfeld! Mach du! Wie viele sind denn noch? Sag mal, never ending story oder was ich hier? Gut für die Erfahrungspunkte, ja, das schon, aber nervige kleine Bieste sind das schon. So, mal umsehen. Ich werde mich mal oben umsehen. Ja, schau mal. Aber zuerst lass du mich hoch. So, zur Sicherheit mal eine Waffe zücken. Okay, hier ist nichts, aber ne Truhe. Na, ist die verschlossen? Ja. Uh, ne starke Truhe. Scheiße. Ich kann mich nicht auf. Komm her. Ja. 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 Sag mal. Nicht schlecht hier mit den zwei Andorfen. Ich kenne dich nicht. Jetzt reicht's mir. Aber. Ich hab Angst, dass da gleich noch wer kommt. So, Meister ausgerottet hier. Hier ist ja gar nichts, als hätte schon jemand hier sich umgesehen. Da ist ja noch eine. Da ist ja noch eine. Ich hoffe, hier komme ich rein. Jawoll. Ja. Erzbrocken. Aber den haben wir ja noch nicht genug. So. Und trotzdem ist noch nichts interessantes dabei. Ich schau mich nochmal unten um. Ja. Nochmal unten, dann ganz hoch gehen. Ich hoffe, ich hab letztes nicht aufgehalten. Lester, bist du noch unten oder bist du jetzt schon ganz hoch gegangen? Er ist ganz hoch, scheinbar. So, hier haben wir noch ein paar Räume. Schauen wir mal den hier an. Bier. Und eine rostige Axt. Komm, schnapp dir das Bier. Naja, geht nicht. Egal. Axt, dann das gleiche Schwert. Und hier noch Hackebeil. Handaxt. Schauen wir das Bier nochmal. Geht doch. So. Hier lang noch. Aha. Das sind so ein Leuchter. Gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Von zwei Seiten unregelmäßig angegriffen werden. Das halte ich auch nicht aus. Ich weiß jetzt. Ich mein jetzt der Speicherpunkt. Wie spawnen die Viecher hier eigentlich die ganze Zeit? Oder? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Nee. Jetzt warten wir mal unten noch. Alles klar. Nein, 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 nein. Egal. Wir haben ja genug zum Essen dabei. Wobei ich ihn dran nehmen würde. so dann habe ich ja hier noch die heilkräuter sprechen wir mal und wir nehmen den bogen jetzt erstmal die waffen noch aufsammeln und das bier ich weiß bringt sich gar nichts weil die teile ja so was von nichts wert sind aber man lässt einfach nichts liegen tut man nicht gibt es ja nicht die hat mich in dauer schlag kombo rein und jetzt seid ihr so weit oben dass ich euch nicht erwische schon ein bisschen fehler auf programmiert teilweise nicht weil sie mich umbringen sondern weil sie auch sonst weil sie zu hoch fliegen dass sie nicht angreifen können und ich sie auch nicht gut angreifen kann mich hat es eher mehr gewundert sogar dass ich vorher so viele davon umbringen konnte dass das ohne probleme ging so gut was haben wir jetzt hier drohenschlüssel sehr schön für oben glaube ich mal so des weiteren hier bücher steht nichts dran oder ich kann es nicht lesen egal aber schalte schalte es immer gut ne falsch kommst du her kommst du her so skelette liegt was ist hier noch noch drei skelette so alles kette hier weg muss ja noch mehr sein ist ja ziemlich langweilig so ah Thron Elixiere kann man brauchen immer noch eine Ruhe und magische Kräft Elixiere ansonsten war es das hier scheinbar schade jetzt wirklich nicht mehr nur dann mal nach oben Stufe sind sich auch gestiegen das heißt ich habe wieder zehn Lernpunkte können wir in Stärke reinhauen falls ich noch eine bessere Waffe bekomme ich hoffe weil ich laufe umgekehrt mit einer Orkwaffe die ganze Zeit herum nichts gegen Orks aber ist eben trotzdem eine Orkwaffe da wisch ich die jetzt hier aber du nervst gewaltig ne ich kann ich erwisch sie nicht egal hast du schon was gefunden die Truhe da vorne ist verschlossen vielleicht gibt es irgendwo in dieser Festung einen Schlüssel gibt es irgendwelche Hinweise auf die Urkunde nein bisher noch nicht hast du schon in der Bibliothek nachgesehen die müsste oben sein so das habe ich auf jeden Fall da haben wir die Urkunde ich habe die Urkunde gefunden hey gut gemacht bitte dafür gebe ich dir diese Spruchrollen damit sollte es kein Problem sein den Fokus zu erreichen ich werde unten vor der Fokus Plattform auf dich warten so ich muss glaube ich noch etwas höher für den Fokus dann klettern wir mal da wird mich gleich ein Viech erwarten damit ich mich sicher hey 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 was soll das das heißt nicht dass es verpackt dass ich da nicht hoch kann ja da kommt nicht hoch ha 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 witzig sehr sehr witzig nope das wollte ich nicht das wollte ich nicht ach Göttchen ja Leute wir machen das noch kurz ihm kurz nochmal die Urkunde geben und dann muss ich mir ansehen wie man da hochkommt wo so genug davon läster du kommst da nicht hoch es geht nicht es geht nicht läster das ja und genau äh Leute ich mache mal kurz Pause hier ja Leute da bin ich wieder und ich kann grad jetzt kann ich weiterlaufen Ich habe es mit ein paar unguten Methoden hier hoch geschafft, aber außer noch einen Stock höher ist hier nicht wirklich etwas interessantes. Daher versuche ich mal mit der verpackten Leiter hier wieder runter zu kommen. Es geht. Die ist einfach blöd gesetzt, daher... Mal schafft man es hoch, mal schafft man es nicht hoch. Ich habe da jetzt einfach die schnelle Methode angewendet und bin hochgeschwebt. So, die Urkunde habe ich ihm. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. So, den Fokus erreichen mit Spruchrollen. Wo ist der Fokus überhaupt? Ich muss mich mal umsehen. Also hier ist... Okay, aber hier war ja was drin oder konnte ich drüber drin? Ah, da waren die Erzbocken. War ich hier nicht schon mal? Mit den dauernden Speichern und Laden konnten durcheinander, wo man war und wo nicht. Egal. Das haben wir. Den speichern wir einmal hier noch, ganz oben, dass man es weiß. Und schauen wir, wo es sonst noch gibt. Was haben wir noch? Da war ja nichts drin. Das wusste ich ja schon, genau. So. Die Spruchrollen müssen ein Hinweis gewesen sein, wie ich zum Fokus komme. Ah, da. Da ist er ja. Wow. Was hat er mir denn gegeben? Brauche ich nicht. Ah, das ist hinterher oben. Hellung? Nee. Erzbock? Licht? Telekinese? Brauche ich auch nicht. Oder? Feuerball, Feuerball, Feuer, Feuerstrom, Heilung, Erzbock, Licht, Telekinese, Teleport, was mal, Verwandlung, 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 Wolf. Ah, es fehlen drei maximale Punkte. Habe ich noch irgendwas? Werde ich so die Waffe jetzt ablegen müssen. Aber. Können wir auch kurz mal den hier nehmen. Sonst. So. Geht sich das aus mit der Telekinese? Huh. Gut, es liegt am Boden. Ist auch nicht so schlecht. Praktische Zauber. Äh, Amulettkraft wieder. Ne, ich muss das andere als ablegen. Idiot. So. Und die Waffe wieder. Und was essen. Sonst wird das nichts. Ein bisschen Fleisch muss sein. Nein. Ah. Dammit. Nicht, dass ihr jetzt wieder eine halbe Stunde zuschauen müsst, wie ich mich gesund esse. Gut, müsste der Fokustein hier liegen. Ha, da liegt er. Perfekt. Und den Fokustein haben wir. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall. So, wir haben alle Fokuse. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Äh. Gut, dann würde ich mal sagen, wir teleportieren uns. Wo schauen wir nochmal auf der Karte. Den unteren haben wir. Der rechts war der erste. Der links haben wir mit Ilton. Oben links mit Diego. Oben rechts mit Gorn. Wir haben alle. Dementsprechend. Wo ist der Zumpflager? Nicht. Irgendwie haut das gerade nicht hin. Da ist es. Teleportiert den Wassermagier. Natürlich nicht genug Mana. Was gibt mir Mana bei uns da? Ich muss auf jeden Fall mehr Mana tanken. So, jetzt geht's aber. Hi, ho, Saturas. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Hm, das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch drei Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Ja, ja. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Hm, witzig. Hätte immer wieder herkommen können. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der zweite Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Ja, ja. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen zwei Fokussteine. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorn, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt vier Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Und den hier. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle fünf Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Danke. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. So, sagen wir mal kurz. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von zwölf Magiern durchgeführt. Um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. War ja klar. Na, fangen wir mal. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Na toll. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Na gut. Nun gut. Ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Das scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrone. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Na gut. Mal probieren. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Danke dir. Xauders, Kapitel 4. So. Und mit dem neuen Kapitel machen wir für diese Folge Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. See ya. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020